grundsätzlich mal was zu den unterschiedlichen geschwindigkeitsmessungen in einem flugzeug oder auch das was ich zur kursberechnung brauche ich würde dazu in diesem channel nichts machen weil ich sag so das ist was für leute die sich wirklich da rein fuchsen wollen in das feld das geht so vielleicht auch in richtung ppl private pilotenlizenz sich da so ein bisschen mit auseinander zu setzen so ja wie sind die messungen eigentlich was zeigen die messinstrumente an was zeigen die auf höhe an was brauche ich um den ground speed zu ermitteln also für meine navigation und all diese dinge dazu werde ich hier auf diesem channel nichts machen weil ich bin damals mit dem channel gestartet und dachte mir ich möchte was machen ich möchte ein bindeglied machen eigentlich zwischen dem einsteiger der zum ersten mal überhaupt mit flugsimulatoren konfrontiert wird wie komme ich da rein in dieses feld vielleicht ein bisschen auch in die gehobeneren anwendungen also das volle motormanagement und sowas das war so das was ich mir von anfang an gedacht habe aber nicht so diese tiefen die man braucht eigentlich um eine komplette kompass navigation zu machen oder eine flug navigation zu machen und ich verweise da noch mal auf die internetseite von walter bislin sich verlinkt die unten auch noch mal da kann jeder sich einlesen in die unterschiedlichen geschwindigkeiten wie sie errechnet werden da gibt es auch wunderschöne online rechner wo ich auch geschwindigkeiten eintragen kann und direkt auch mal so ein bisschen so die relation zueinander sehen kann und so weiter und so fort aber wie gesagt ich bin der meinung das ist jemand ist was für leute die wirklich in dieses feld immer weiter rein wollen und das bleibt jedem selbst überlassen und da sehe ich meinen meinen channel nicht bei diesen dingen da gibt es andere kanäle die das hervorragend erklären können und ich muss das nicht mit meinem kanal noch mal alles doppeln sondern das macht bitte so für euch und wenn ihr da bock drauf habt das ist spannend ich bin selber mittlerweile zu einem nerd mutiert der der zeit noch ein nöcher drüber verbringt über diese ganzen sachen aber es ist nicht der sinn von meinem kanal und ich werde dazu nichts machen ja ich wollte es einfach nur noch mal gesagt haben nicht dass es irgendwie missverständlich ist sondern mein kanal wird so bleiben wie er ist in diesem sinne tschüss so